Hallihallo hier ist Rosemarie Engel und ich baue hier einen Bachlauf und der Wolf der findet das ganz toll weil da ist schon Wasser drin aber das Wasser das ist bestimmt nicht so lecker das hat so furchtbar nach Plastik gestunken gestern und deswegen habe ich das einfach mal nass gemacht werde das Wasser auch draußen am Goli ausschütten weil wie gesagt da ist wahrscheinlich jede Menge Plastik drin will ich nicht dass das mein Wolf trinkt so und das ist ja jetzt hier das soll ja mein Bachlauf werden und der muss jetzt weg der Buchsbaum also den muss ich jetzt wegräumen weil der Kübel muss ja dahin für das Wasser aufzufangen und da heute meine Pumpe kommen wird will ich heute unbedingt hier weitermachen